Outfit-Check Aston Martin DB12 Edition. Leute, schaut euch diesen Wagen im Hintergrund an. Er braucht natürlich ein entsprechend elegantes Outfit. Wir sind hier in Monaco zur Vorstellung und dazu ziehe ich mich auch entsprechend an. Fangen wir an mit den Schuhen. Ich trage schwarze Doppelmonts, wie das die Briten machen würden. No brown after six, prinzipiell nicht mein Motto, aber wir haben es mit einem britischen Autohersteller zu tun. Entsprechend halten wir uns ein wenig dran. Ich trage einen dunkelgrauen Zweireiher von der Marke Suitsupply. Dazu ein weißes Hemd von Eaton mit Krawattennadel. Dazu trage ich eine Krawatte von Sarah Feinsilk mit Paisley-Muster drauf. Ganz getreu auch dem britischen James Bond trage ich eine Omega. Es ist zwar keine Seamaster, aber eine Speedmaster. Eine ganz besondere von 1968 mit dem letzten 321 Kaliber. Sichtbrille ist von Oliver Peoples. Die Pistole kann ich euch nicht zeigen, sonst kriege ich Ärger. Viel Spaß mit dem Auto.